ja mittel leute der 6 oktober 2015 damals wurde regenbogen scharf auf twitch gebannt aber einen tag später wurde er wieder entband und das hat den reiner damals richtig aufgeregt dann das jahr 2018 switch comeback versuch reiner streamt auf einen neuen twitch account dieser durfte eigentlich nicht weil wir wissen ja damals mit dem wort nach nur einem tag war sein account gebannt mit lov leute